Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe hier einen frischen Tee. Und ich bin raus aus diesem Tunnelsystem da unter diesem Ort hier. Der heißt übrigens Baukens Ruhe und wurde von Goblins und den Drawer überfallen. Das ist auch das, was die im Goblin-Lager feiern, die Goblins. Und dann habe ich hier nochmal auf die Map geguckt. Ich war jetzt auch schon mal im Zoom hier unten bei der Vettel. Die ist halt schon derbe unterwegs und alle meine Kameraden haben mir davon abgeraten, dass wir uns mit der anlegen. Also habe ich sie erstmal gelassen. Ich habe jetzt immer noch hier, soll ich dieses Juwel holen? Aber ich dachte, wo ist das? Hier. Aber im Unterreich. Also ist es wahrscheinlich dann dort, wo wir jetzt eh hingehen müssen. Ja, die habe ich nicht gefunden, diese komische Mitgift. Keine Ahnung. Ich komme schon wieder ab. Warte, so. Und dann habe ich gesehen, dass hier dieses Lager von den Getyanki ist, wo die Dings ja unbedingt hin will. Also habe ich die jetzt mal ins Team genommen und dann gehen wir jetzt da mal hin und schauen mal, ob und inwieweit die uns auf die Mütze hauen. Hier haben wir, glaube ich, alles erstmal. Ach nee, hier war auch noch nicht. Bringt uns das was? Das ist eine Kiste. Dann meine bei denen. Okay, dann könnt ihr wahrscheinlich das Dach rücken. Was ist das? Nur eine erhöhte Kampfposition? Ja. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter. Das denke ich auch. Okay. Oh, ein Drachen? Echt? Es wäre zu viel, um zu hoffen, dass das nichts mit uns zu tun hat, würde es nicht? Hm. Du gehst eine Lebenszeit ohne einen zu sehen. Und dann werden sie dich nicht stoppen. Nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. 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 Vielleicht sollten wir uns tatsächlich mit den Junkie gutstellen, die können Drachen reiten. Ich will auch Drachen reiten. Ich will auch Drachen reiten. Ich habe wieder nicht gespeichert. Ich will den Drachen reiten. Das haben wir schon so oft gehört. Wir speichern lieber erstmal. Wir gehen mal direkt zu ihr. Loretta, look what wanders near. Ryder, my time is short. Lead me to... Sch, 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 sch. Sch, sch, sch. Sch, sch. Sch, sch, sch. Sch, sch. Sch, sch. Sch, sch. Sch. Sch, sch. Sch. Sch, sch. 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 die soll erstmal mitspielen oder also das wisst ihr glaube ich nicht aber die suchen alle und zwar echt alle das artefakt dass die schatten herz bei sich trägt die absolute will unbedingt dieses artefakt haben es hat uns ja beschützt bei den goblins vor der absoluten und die wollen offenbar auch dieses artefakt ich würde sie zählen wir damit versuchen die soll erstmal so tun als ob mit fünf bitte auf sie hat Okay. Boah, ich will auch auf einen Drachen rein. Asarion scheinbar auch. Aber mir ist gerade was aufgefallen. Einen Augenblick. Ich mache euch hier mal den Hintergrund wieder an. So. Wir haben erfahren, wo sich die Krippe befindet. Wir sollten versuchen, dort Antworten zu erhalten. Das Artefakt, ja. Ja. Huh. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near. This much we know. We follow the path forward and into the valley. No one. Not even the ignobles, just still Kithrak, will keep me from my purification. Okay. Ach, seht ihr, das wollte ich euch auch noch erzählen. Also genau, zum einen sind alle, wirklich alle, hinter dem Artefakt her, das die Schattenherz bei sich trägt. Und zum anderen... Oh, wir haben einen Level Up. Ähm... Ihr habt ja den Wächter gesehen. Einen, ne, der mich besucht hat im Schlaf. Den haben wir ja erstellt, als wir den Charakter erstellt haben. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Der will, dass ich diese Würmer, die ich inzwischen schon ein paar eingesammelt habe, ich habe vier oder fünf davon, dass ich die quasi verzehre, also esse, aufnehme, wie auch immer. Ähm... Und somit die Macht, die sie mir geben, stärke. Ich habe mir das mal angeguckt und ich bin nicht gut dabei. Nein, ich weiß wirklich nicht, was ich damit machen soll. Also ich kann euch das ja mal zeigen. Ähm... Dann speichern wir und dann mache ich das mal und dann würde ich halt nochmal laden, weil das wirklich, glaube ich, nicht der Weg ist, den ich gehen will. Dann habe ich es halt nicht gemacht, dann kam er nochmal und redet er nochmal eindringlich auf mich ein. So, hier ist die Krippe. Nee, das ist, äh, okay. Wir wollen ja aber unterirdisch langgehen, also... Also wir werden... Also ich werde mir den Gebirgspass auf jeden Fall anschauen, mal sehen, ob ich das dann auch in der Aufnahme mache. Also wir müssen schon da lang, okay. Hier? Hier ist eingestürzt. Hier gibt es noch mal einen. Okay. Wie sie mal schnaufen, wenn sie da mal so eine Treppe hochlaufen müssen. So, okay, jetzt sind wir hier oben. So, okay. Okay. Ins Tal. Also müssen wir dann... Okay. Na dann. Wir sind ja soweit voll alle, glaube ich. Ja, deswegen war ich auch gerade nur kurz im Lager, um die auszutauschen. Also ich würde tatsächlich jetzt nur zu dieser Krippe gehen. Hoppala. Und dann... Für mich extrem schwierig. Und wieso muss ich alles abgeschlossen haben? Kann ich nicht mehr zurück? Ich habe ja gerade gespeichert. Doch, ich kam wieder zurück. Ah, aber nicht... Ach so, eine Schnellreise geht ja auch. So, wie weit ist das jetzt hier weg? Folge dem Gebirgspass. Was? Nee, ich will ja eigentlich... Hä? Ich will ja eigentlich... Hä? Vielleicht sollten wir das Level-Up-Feuer machen. Wieso ist denn er da oben? Ich bin der Chef. Wieso ist denn er da oben? Ich bin der Verse martiert. Wuszschande. Es gibt Werke. Ihrzuh schrift estudiert. nerde! Schwung der Gresge. Wir müssen da bei mir einmal hinв Aber weiß ich, dass wir auch den Problemen haben. Das denke ich aber auch, die wäre schon längst gegangen. Äh, okay. Unter uns. Ich habe halt auch immer noch überhaupt keine Vorstellung, was soll diese Krippe denn sein? Hier ist eine Höhle. Oh je. Zivilisten. Zum Problemlager? Ist das dann der andere Ausgang? Gucken mal. Ich kann mich halt nicht mehr so frei im Koppelnlager bewegen, seit ich die Anführer getötet und den ihren Schatz geraubt habe. Sind die ein bisschen böse auf mich. Aber da ist noch das Eulenbärjunge, das müssen wir da unbedingt auch noch rausholen. Ja genau, das ist das hier. Okay, ich verstehe. Warum ist das jetzt hier schwarz? Ja, mal durchlaufen. Ist die böse? Ja, das ist direkt auch böse. Ähm. Okay, alles klar. Das müssen wir anders angehen mit den Goblins. Das sind echt noch viele. Mal gucken, wie ich das mache, wann ich das mache und ob ich das mache. Ich habe ja noch das Horn von den Ogern, da kann ich die noch dazu rufen. Aber da steht halt auch ein Ogerwache. Ich weiß dann nicht, ob der für mich dann tatsächlich kennt. So, hier sind wir hergekommen. Kloster Rosenmordweg. Sehr viel Blut. Woolenquid. Wo räumen. Wo? Oh, Blenke, Drue. Ein Guel. Was bist du für eins? Du bist kein Guel. Polishirte. Aha. Ist noch einer. Jetzt haben wir uns gesehen. Na gut, dann probieren wir das. Gehen wir lieber. Ich habe dir wieder keine gescheiten Pfeile gegeben. Viel schlafen. Ach, wünsche ich mir jetzt den Gehl her. Ja. Ähm. Schützt uns vielleicht ein bisschen? Okay. Ja, vorbei. Ach, wie geht's. Da haben wir uns alle an der Pelle. So, meine Gute. Was hast du so drauf? Was ist das hier? Tatendrang. Erhalte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zustand einsetzen kannst. Ähm. Später. Da müsst ihr jetzt ein bisschen geduldig sein. Mit der Lea Esel war ich noch nicht unterwegs. Ich habe eigentlich so meine Stammgruppe. So. So, jetzt er. Ähm. Haben wir in die U-Hosen-Maus hier? Da haben wir schon Schaden gemacht hier. Oh, rein. Fehlschlag ist... Okay. Astario. Reicht das? Fehlschlag. Psst. Ah. Wir werden hier sterben. Da kannst du noch so rumgeiern. Das ist nicht nur so rumgeiert. Okay. Oh wow! Das ist der letzte, ne dann... Echt, der ist ausgewichen? Drecksack. Oh, ist Karyon. Stehst du in der Dolchwolke? Was machst du denn für Kä... Ach. So, dann war das ein Fehlschlag, ja. Geht auch nicht mehr. Meini und Walter, es sind echt viele, wa? Ja. Okay. Geht nicht. Es ist gut, der habe ich keinen Dings gegeben. Mist. Ein Ziel. Ach, das kann sie nur mit einem. Fehlschlag. Was macht das hier? Okay, jetzt haben wir aus Versehen den anderen getötet. Na immerhin. So. Die fallen. Ähm. Mist. Jetzt waren wir doch vorbereitet, ne? Mist. Okay. Okay. Ist Karyon. Ach, die Heimatland. Ist Karyon. Ach, die Heimatland. So ein Käse, ey. Ja, wir werden hier sterben. Und hier hast keiner mehr da, der dir helfen kann. Und alle so richtig, richtig, richtig tot. Guck dir das an, ey. Ja. Ich glaube nicht, dass wir halt müssen. Oh, wei, oh, wei. Äh. Das ist halt sowas, das würde ich gerne außerhalb der Aufnahme ausknobeln. Das, glaube ich, mache ich auch. Es wird mehrere Anläufe brauchen, bis ich herausgefunden habe, wie ich die platt kriege. Ich werde auf jeden Fall den Gale wiederholen. Dann lass uns doch mal... Ach so, das geht ja nicht. Ich finde das sehr irritierend, dass das hier nicht angezeigt wird. Hier. Wir können ja nochmal hier runter gehen. Vielleicht liegt ja das, was sie meint, wirklich unterhalb von uns. Das klingt ja eigentlich mal gar nicht so übel, oder? Oh, wie schön. Guck dir das an. Oh. Oh. Du für einer? Dame Esther. Komm, lass uns mal mit Dame Esther reden. Die ist bestimmt nett. Hallo? Wo ist das? Ich höre. Hallo? Dann fern uns aufs Diskussion. A friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see, that wretched little hive? Um, I didn't tempt it? Tja... Ein Ei? Ja genau, das ist doch irgendwie... Look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their robe so they can incubate it and, once it hatches, raise the spawn in their tradition. Please, do enlighten me. What is this tradition? The Society believes a Githyanki, raised in a peaceful, nurturing environment, can overcome its violent nature. I'm sure your friend would agree, a Githyanki is as likely to forsake its violent nature as a noomis to fly. Huh. Ähm... Mia, wieso Mia? Ich denke auch, es wird gelehrt und nicht vererbt, wirst du wissen, dass man kein Kind raubt. You've been sipping from the same goblet as the Society. Perhaps you'd be willing to help them, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it. I'm not talking to you. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Hm. Äh... Habt ihr lohnenswerte Ausrüstungen dabei? I should hope so. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Okay, ich hab viel Geld zu Hause liegen gelassen. Was haben wir denn hier? Der anmutige Stopp. Okay, so kann man das auch. Alles klar. Ohne sie angreifen zu müssen. Okay. Oh wow, ey. Das ist unser nächstes Ziel. Aber ich dachte, wir müssen den Untergrund jetzt. Oh, ist das schwierig, ey. Ich würd's hier auf jeden Fall erst nochmal speichern. Und dann würd ich, glaub ich, mal einen Stufenaufstieg machen. Äh... Okay, ihr Lieben, ich hab mich kraterisch verschluckt und hier alles voll gespuckt. Äh... Ich beende hiermit die Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye, bye! Bye! Hahaha. kannst du das嗎? Haha. werden hier